ja hallo leute und willkommen zu nova empire ja ich habe ein neues spiel das spiele ich jetzt schon seit ein paar tagen ich bin hier jetzt auch ich glaube gold 1 und dachte mir wir gucken uns das einfach mal gemeinsam an anfangs dachte ich mir ich starte hier noch mal neu für das let's play aber dann ganz ehrlich leute so ein tutorial das guckt sich doch niemand an also die leute dieses vielleicht noch unentschlossen sind ob sich das spiel runterladen ja die wollen ein bisschen gameplay sehen die wollen sehen was erwartet sie da im verlaufe des spiels ne und die leute die das spiel selber spielen ja die haben das tutorial selber mitgemacht das interessiert die auch nicht von daher mache ich einfach weiter wo ich hier bis jetzt bin spiel das seit ein paar tagen habe mich leider seit zwei tagen nicht mehr eingeloggt ja weil ich keine zeit hatte aber würde ich sagen machen wir einfach mal weiter die sachen die mir so aufgefallen sind da werde ich irgendwas erzählen ja wenn ich blödsinn erzähle dann schreibt unten in die kommentare rein wie gesagt ich will euch hier nicht das spiel erklären kann ich nicht bin selber anfänger aber legen wir einfach mal los also ich habe mich jetzt einfach so eingeloggt habe hier noch nichts angeklickt werden wir uns einfach mal gemeinsam angucken holen uns erstmal die belohnung ab hier da kriegen wir 50 kristalle ja ja ich habe ja schon gesagt seit zwei tagen nicht mehr eingeloggt dann haben wir natürlich diesen täglichen bonus verpeilt dass wir hier irgendwann an diese echtgeldwährung rankommen aber ist nicht schlimm so dann haben wir hier noch was kostenlos vorräte bekommen ja ich produziere hier okay noch mal ich produziere irgendwie jetzt schon immer so viele energie und und erz mineralien das ist hier ständig im max also das wird sich sicherlich noch ändern ja logisch wird sich das noch ändern aber so kristalle da ist noch ein bisschen platz das ist hier glaube ich die legierung da ist auch noch ein bisschen raum für was man das alles braucht weiß ich ehrlich gesagt nicht das sind die scans da können wir auch glaube ich am tag acht mal scannen soweit ich das hier rausgefunden habe gut dann locken wir uns da mal ein gucken uns das hier mal an sammle kostenlose vorräte ja hier kriegen wir die punkte hier können wir halt immer weiter steigen das ist glaube ich genau für den tag können wir dann hier immer so eine truhe bekommen und das ist für die woche hier haben wir schon 190 ich weiß nicht wann so eine woche anfängt und wann die endet aber wir haben halt immer noch den fortschritt ich spiele das habe das glaube ich weiß nicht so für fünf tagen vielleicht runtergeladen wie gesagt ich habe unregelmäßig gespielt aber werde ich jetzt glaube ich regelmäßig spielen werde dann halt auch regelmäßig videos hochladen und dann einfach mal meinen fortschritt dokumentieren wie wie ich dann bin ich werde jetzt nicht jede kleinste aktion hier filmen einfach mal immer so so wie gesagt jetzt sind wir gold 1 gucken wir wo wir in der nächsten folge gelandet sind so da haben wir hier nochmal haben wir das nicht gerade eingesammelt so da kriegen wir noch mal 1000 energie ja das verläuft ins leere weil wir haben ja volle energie so was haben wir hier was fehler entschädigung drei stunden beschleunigung wir entschuldigen uns für etwaige unannehmlichkeiten okay gut danke ja diese beschleuniger ja die nehmen wir gerne mit so hier das ist bestimmt die gilde ne gefechtsbericht ja gut das ist unser zweiter kommandant wir haben schon zwei kommandanten gut das können wir löschen so was haben wir hier noch ja gut hier das war die forschung dies abgeschlossen die lady hier die sagt uns immer was glaube ich am sinnvollsten wäre als nächstes zu bauen und wenn wir mal auf die hören verbessere die sterne akademie eins der sterne akademie ist glaube ich für unsere offiziere hier da haben wir zwei offiziere so das dauert acht minuten oder können wir dann dann schon vier admirale aufstellen so viele raumschiffe haben wir gar nicht ja gut wir machen aber das trotzdem genau also weil wir hier haben wir noch was das klicken wir auch mal schnell einer so irgendwie eine kiste entschuldigung gratis kiste was kriegen wir hier raus was ist das was war das ach so legierung okay gut die können wir noch gebrauchen die legierung für was auch immer so dann würde ich sagen man macht halt immer man baut halt immer alles ne also wir haben jetzt hier ein gebäude im bau ach so ja wir können nämlich immer wir können hier das immer hilfe beantragen ach dann haben die mich jetzt tatsächlich aus der gilde rausgeschmissen ja ich war vor drei tagen war ich noch in der gilde drin da haben die mich echt rausgeschmissen na gut ja vielleicht gründe ich einfach eine eigene gilde warum nicht ja gut wenn man jetzt in der gilde wäre oder allianz hier wie das hier heißt dann kann man hier immer um hilfe bitten dann können die gilden homies hier mal aufklicken und das geht ganz schnell und dann dann reduziert sich hier die zeit ja gut das kann man jetzt nicht machen ja dann halt nicht so genau ich würde immer sagen man man versucht hier immer alles im bau zu halten also wir haben jetzt hier die sterne akademie im bau dauert noch sieben minuten dann können wir hier sachen erforschen weiß ich nicht was man hier am ehesten erforscht ja ich brauche einfach hier was sich am sinnvollsten anhört die maximale anzahlen an arbeitsschiffen ja wir haben jetzt zwei arbeitsschiffe glaube ich die sind sowieso nicht in gebrauch weil wir ja mineralien und sowas wir haben nicht ganz so viele ressourcen mit denen kann ich jetzt momentan noch nicht so viel anfangen würde ich sagen das reduziert die verzögerung durch sprung abkühlung für die raumstationen zwei weil ja auch nicht reduziert gebäude wartungskosten ja ist egal wir bauen halt irgendwas erforschen halt irgendwas so dann haben wir das nämlich auch im bau ich würde sagen immer alles im bau halten so dann haben wir hier schiffe wir haben ja schon zwei schiffswerften die eine habe ich schon mal auf stufe 3 abgegradigt da können wir jetzt drei schiffe bauen bzw die reihen sich hier in die warteschlange ein würde ich sagen ich mache das immer so wenn ich tatsächlich online bin dann baue ich immer diese ich weiß nicht ob man ob das so sinnvoll ist aber dann baue ich immer diese ganz chips die dauern nur drei minuten dann kann man die nämlich dann gleich schiffe erneuern das bei der zweiten schiffswelt mache ich auch schon nach drei minuten und wenn ich dann offline gehe dann baue ich halt die großen schiffe hier die fregatte die dauert schon 16 minuten oder hier den genau letztens habe ich hier den zerstörer bekommen ja cool den wollte ich auch mal ausprobieren hätte dauert schon 48 minuten das ist das arbeitsschiff ich habe glaube ich schon zwei arbeitsschiffe brauche ich nicht nur so dann ist jetzt erst mal alles soweit im bau und dann würde ich sagen gucken wir mal ob wir vielleicht mal ein piraten finden den wir hier mal zerschnetzeln können so ja das ist so hier die karte das ist unser system so das sind hier immer die mineralien vorkommen aber mineralien brauchen wir nicht das könnten wir halt mit diesem arbeitsschiff könnten wir das abernten das sind hier die piraten zu die mit zwei punkten das sind die krassen da brauchen wir uns gar nicht ran wagen und die mit keinem punkt das sind die lobops 1925 oder muss ich jetzt mal gucken wir haben ja zwei fleets wie für stärke genau 4207 und unser zweiter general er ist gerade im bauaufbau ich weiß ich weiß nicht wie man das am besten macht ob man erst mal ein fliegt komplett upgrade hier also aufbaut hier 224 schiffe passen da rein oder ob man zwei synchron macht das werden wir halt mit der zeit raus finde ich denke mal 4200 ist schon mal gut was heißt es gut für die piraten wird es glaube ich reichen also den hier den ja den auf jeden fall 168 gut ist ja keine herausforderung nehmen wir nehmen den den größeren hier da war doch einer war wir hatten doch gerade einen mit 1900 auch das war der hier war das der genau 1225 heute nehmen wir mal so dann können wir uns hier aussuchen 1142 die 4207 das müssen wir doch packen jetzt können wir die schiffe die wir noch im dock haben können wir automatisch auffüllen okay dann machen wir das mal und dann werden wir die einfach mal angreifen und ich würde sagen mit dem zweiten general deshalb ich weiß nicht so recht der hat ja jetzt eine stärke von was war das 1000 ob man den vielleicht mit dem werden wir mal ein paar planeten ausscannen das habe ich jetzt auch schon ein paar mal gemacht da gibt es dann glaube ich immer manchmal ganz nette sachen zu holen so dass jetzt das universum wie war das jetzt also wir können glaube ich hier mit der sonde ausscannen dann sehen wir hier was was hier ist und dann können wir das aber irgendwie auch noch anders machen genau jetzt wir gehen mal jetzt hier in die in die benachbarte in das benachbarte system rein da treten wir mal ein und dann gucken wir mal ob wir irgendwie was finden was wir ausscannen können weil ich glaube normalerweise steht das auch hier wenn wir hier im planeten schon gescannt haben dann steht das hier auch hatten wir war ich nicht letztens hier schon mal und habe hier rum gescannt so hier genau so damals typ wüste ich weiß nicht ob man das auch beachten muss ob das wichtig ist egal im unimix lava lava würde ich sagen immer dem am unimix drei und den scannen wir jetzt und dann können wir uns jetzt aussuchen welchen general wir jetzt nehmen ungenutzt dann wird die glaube ich schon den piraten gekillt haben aber wir nehmen die ich nehme den immer mit der truppenstärke ich weiß nicht ob man dann wenn man unterwegs ist angegriffen werden kann ich glaube schon aber wir nehmen den jetzt und flotte auffüllen ja gut macht so das dauert acht minuten gut das werden wir das wird ein bisschen länger dauern aber gut so dann haben wir erst mal den general der ist erst mal beschäftigt und dann gucken wir ach wir haben da post eingang ja dann hat die den den piraten schon mal gekillt gucken wir mal auf irgendwas bekommen haben genau das gefechtsbericht ja wir haben 600 mineralien gekommen bekommen ja wir haben hier kaum was an leben verloren hatte null chancen so wir haben erfahrung bekommen das super denn wir haben hier halt noch eine quest wo steht bringe ein general auf stufe 10 und das werden wir mal anstreben also generell hier alles zu erledigen hier lasse ein admirale 10 erreichen dann bekommen wir irgendwas was das auch immer sein mag ich glaube erfahrung für den general so dann würde ich sagen was können wir hier ja das weiß ich allerdings nicht wir haben ja gerade was bekommen wo wir das beschleunigen können wenn ihr kostenlos steht heißt das dann wie wir verbrauchen diese 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 sachen die wir bekommen haben oder können wir das einfach kostenlos upgraden schreibt zwar mir unten in die kommentare es wäre wichtig es würde mich interessieren ob wir dann diese diese gegenstände die wir da bekommen haben verbrauchen oder ob das einfach hier so ein feature ist dass wir wenn das nur noch ein paar minuten läuft kostenlos beschleunigen können ich werde es jetzt nicht machen die 15 sekunden ja und dann noch hier noch wenn das hier blinkt dann sagt er uns immer hey guck mal hier du kannst hier irgendwas machen guck mal wir müssen eine flotte ausbauen genau so siehst du dann sagt ihm die schiffswerft steht leer immerhin gehen wir hin und bau hier mal das werden wir machen so dann würde ich sagen muss das erst mal fürs video ich werde hier fleißig alles immer bauen die die station ausbauen werden wir uns vielleicht im video mal angucken die hier die ganze station wenn er das spiel selber später werdet das ja wissen was was die einzelnen gebäude hier machen können wir uns dann aber trotzdem mal in ruhe angucken ich werde hier fleißig ausbauen ich werde die fleißig schiffe bauen ich werde hier fleißig die piraten campen killen und ja was man die halte alles noch so macht so wir sind gold 1 mal gucken was wir im nächsten video sind also bis dann bis zum Tor das ist alles 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 alles